Das ist Hulk Stance, helfen, helfen, helfen. Ja, ich würde ja gerne. Ich habe erst mal versucht, ihn zu fieren. Boah. Meine Güte. Ich mache ihn doch selber im Dispel. Du hast doch selber einen Dispel. Es ist okay. Ich bin schon gestorben. Alles gut. Ach, stört mich ja nicht. Ich habe noch ein paar. So. Hi, Kelpie. Ich habe gerade im Chat stehen. Hi, Kelpie. Kann man die Movement Kits nicht mehr dauerhaft kaufen? Doch. Nein! Er ist mit Luna aufgestanden. Jetzt mal ehrlich. Was soll denn der Scheiß? Masphir hat geklappt. Alter, ich bin halt durch einen Hit schon fast tot. Ha, nächster 4. So, jetzt nehme ich hier aber Abstand. Oh Gott. Tauben, Tauben, Tauben. Hulk Stance, renn. Nach links. Rauf gehen, rauf gehen, rauf gehen. Haha, ich bin hier hinten. Silence ist drauf. Oh Gott. Da war gerade ein Viech im Hight. Sterndrache ist im Hight hier vorne gerade rumgelaufen. Ich setze noch mal ein Single-Vier an. Hulk Stance muss mir killen. Halt keine Chance. Keine Chance. Der nimmt uns alle drei raus. Gut, der hat auch ein Stadium aktiviert. Aber ich meine, what the fuck? Ja, Chloe sitzt da echt süß. Der hat so die eine Hand da drunter. Na? Alter. Torbe. Ja, ist aber ganz ehrlich, ist Rang 1. Aktivieren eine Transpore. Wir kommen nicht hinterher. Der hat eine Transpore an, also. Der hat Grendal aktiviert. Da kommst du nicht hinterher. Bis wir bei dem sind, ist der in der Dings. Der hat Grendal aktiviert? Du meinst, äh, ähm, ähm. Grendal. 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 Richtig Grendal, Grendal. Und? 60 Speed, hab ich auch 60. Ja, aber du musst halt hinterherkommen. Lass uns hier die Mops machen. Ach, schlimme der Sche... Grendal, der hat Grendal. Und? Es war ein Rang 1, ich hatte nicht vorhin zu töten. Ich hätte ihn eben auch angreifen können und killen können. Ja, ich weiß. Alles weg. Oh Gott. Taube, 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 Aua, Aua, Aua. Taktor. So, beide Pinguinen. Das andere, Mage. Ach, Garant hat schon mal hier mich gekillt. Ne, lass uns den Mage zuerst angreifen. Sorry, Mage ist 1. Ja, ja, deswegen... Da kommt ja immer mehr! Da kommt ja immer mehr! Scheiße, der hat, äh, Dings drauf. WG. Ja, ich wurde gerade ges... Okay, jetzt den Kleinen, den Queryker. Shit, ich brauche mal ein bisschen Hilfe gegen den Templar. Kannst du den Templar CC'n mit mir? Cover ihn mal bitte. Wir hatten Schweigen drauf, wir hatten Slow drauf. Jetzt hat er Mindsidens drauf. Bist, bist Disped. X'n bisschen Heal. Mit denen, gegen die hatten wir gestern, äh, Dingets. Kannst du nochmal Disparen? Ne, warte, 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 warte. Ah, ich muss mich bewegen können. Uff! Uff, 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 uff. Weil der hat ja gerade, äh, Schild drauf gehabt. Uff, 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 uff. Weniger Damage machen. Was ist denn? Taube! Das ist meine Offi-Kick-Quest, der Typ. Nein, wir haben 7-Leute-Hahnig. Verdammt. Ah. Mein Offi-Kick-Quest. Wupp, wupp. Aufnehmen. Ähm, der Clary wird angegriffen. Umdrehen. Oh, scheiße, habe ich gar nicht mitbekommen. Elvarian! Nein! Oh, tot. Das war die Böse-Böse-3 und die Böse-Böse-2 und die Böse-Böse-1. Tu mir leid, ich, ich, ich retze dich. Retz kommt, Retz ist, okay, du hast Hand. Ihr seid böse, böse Stream-Sniper, jetzt mal ehrlich. Schande. Schande, ja? Shame over you. Ach Gott, da sind ja immer mehr. Ähm, ja. What the fuck geht hier mit euch ab? Hab's alle getroffen. Eins. Augenheit. Obwohl, ne, hab doch nicht den Clary auch nicht getroffen. Ja, ich dauerne, dann kommen sie gleich mit der Masse. Ja, wir haben verloren, ne? Die 5 hier ist ein General und ein Kantor-General. Der macht uns jetzt platt. Ich mach einen Sowjetär. Ja, ich brauch mich, ich kann, wenn ein Kantor auf mich angreift, der... Ich bin durchgehend zählt. Das sind hier ein paar zu viele für uns. Ah, zwei Clary's auch noch. Ah, shit. Wird's jetzt nicht angegriffen werden, hätt's ein Teleport bekommen. Schade, schade. Schade, Banane. Oh, ja. Taube, 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 komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her. Taube, 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 komm her. Warte. Warte. Wunder Trommel. Jetzt erst. Er hat ja noch CD. Komm her. Scheiße, der ist sogar schneller als ich, wie kann das sein? Jetzt hat er sich noch, äh... Ach ja, wegen dem Einskill, warte, ich krieg ihn aber gar nicht. Ich hab auch Blitzdrachen gerade geschmissen im Schorn. Hätt's mal geschmissen sollen. Und jetzt so. Ich bin bei 12-0 halt. Denk sich so. Wir laufen bis dort wohin, ja? Wir machen es wie die Koreaner. Nein, kann man nicht. Einig. Das kann man nur... Das mit dem VT ist, wenn er von dem Server damals kam. Egal. Da ist damals beim Merchant worden, die Leute einfach nach dem Server reingepackt. So, so, so. Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich, Leute. Ich hab ihn gleich, ja? Ich krieg den. Ich krieg den. Und da sind die Trommeln wieder. Danke sehr. Ich bin bei... Ich bin halt eh schon fast bei 12-0. Scheiße. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich... Ach, komm! Wieso kann ich noch nicht angreifen? Hab ihn. Das war's mir jetzt wert. Easy. Nicht easy, aber okay. Wollen wir gar nicht bitte jetzt nicht gedreht? Ja, das sind Ewa-Zone. Dann kann ich was nicht. Hier zählt die Kickwerse nicht, deswegen. Also... Hier ist ja auch ne Taube. Oder wollen wir Lookbook eben holen? Naja. Und lass uns erst die rechte Tauben. Ich warte hier unten. Drieber. Ich warte hier unten. Äh, er springt nicht runter halt einfach. Jeder bleibt einfach stehen und lässt sich gehen. Ich hab halt die ganze Zeit unten gewartet, dass er... Achtung, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Zwei Tauben. Äh... Er ist auf den Asser. Darum Clary, deswegen. Neu, der Clary will porten. Das geht nicht, das unserer. Leute müssen da entgegenkommen. Äh, Leute, hier vorne hinkommen und runterspringen. Jetzt. Sonst stirbt unser Asser. Hihi. Hast du ihn? Ja. Ist er, ist wieder. Ich höre das Ponys noch raus, trotzdem halt das. Interessant. Ja, ja. Ja, ich bin ein Flieb, ich kriege das wieder. Ich, ein 1 gegen 1 gegen Nunaka. Ne, danke. Ich will nichts sehen, wie Nunaka stirbt. Ist aktuell. Da vorne ist ne Taube. Auf wie Forster. Gladi, wenn ich das richtig sehe, oder sowas in die Richtung. Ja, ist stehen geblieben. Leih, durch den Mob halt. Gut, slow. Dann geht auch. Aber das mit den 10 Jahren kommt gut hin. Blablabla. Boah, der gibt halt, der läuft halt. Oh Gott. Oh, Conner. Conner. Hinterher. Hab ihn. Hab ihn vom Maut runter. Immer wegrennen, und sobald mehrere Leute da sind, gleich auf einen geht. Ja. Einen bräuchte ich noch, dann hab ich Kill-Quest fertig. Ah, ich brauch Treue. Oh Gott, ich muss hier ein bisschen. Nein, ich bin. Scheiße. Leute, scheiße. Ich war halt gerade voll brain-tot, ne? Nein. Ey, 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 Junge. Nein, ich bin wieder tot. Fuck it, ey. Wow. Westdeutschland, allgemein, jetzt mal so. Nein, er greift mich an. Ich hab den vorher auch noch nicht gehört, KB. Echt? Wow. Ja. Eigentlich voll der Standard-Nachname hier. Ich bin tot. Das ist halt so broken, ne, Painter? Es ist halt einfach so. Ähm, hier sind zwei Elios. Geil. Geiles Ding, Leute. Hallo, Onik. Ich hasse diesen Parra. Der ist halt voll dumm. Was machst du? Ja, durchgehend Schaden und dabei Stunt werden. Bescheuert. Jetzt kriegt er auch noch seinen bescheuerten Heal. Und jetzt, ah, jetzt kann er sich TP vor mir ziehen. Und ich kann gerade nichts dagegen machen, weil jetzt erst mein Silence ab ist. Und jetzt erst konnte ich das blöde TP ziehen, Schild draufziehen und erbrechen. Das ist doch einfach dumm, dies. Ich bin halt so gut wie tot. Aber zum Glück nicht ganz tot. Ja. Nee, der macht unsere Mobs. Sie klauen unsere Mobs. Der ist schneller als wir. Verdammt. Komm mal boon. Das ist nicht mein Target. Das ist ein Painter, ne? Ja. Mit Litz. Habe ich gebiert. Nur den Painter machen. Ist okay, die gleiten weiter. Zeilen müssen. Okay. So. So, gebufft ist drauf. Nein, ich mach keinen Schaden. So. Der Painter greift mich an. Warte, ich bin ganz tot. Ich hasse dich, du Painter. Ich habe damit nicht gerechnet. Herr Tomek, kann sein, dass du mit dem hier, mit dem Kleinen dir da den Kill teilen musst, ne? Gute Achtung geben. Wer wird uns in Sinn angreifen? So, ich hoffe, ihr seid jetzt auch gleich alle fertig. So, bitte sehr. Hast sehr nett gewartet, jetzt darfst du. Mir ist das egal, ich bin noch auf die Kill Quest. Ich, wie gesagt, ich würde gerne gucken, was ich ihm am Schaden machen könnte. Ich glaube aber nicht, dass ich, dass ich was ausrichte. Ja, ja, bloß, alles gut. Kann's nicht sehen. Ja, guck mal hier. Ich bin auf PvP, er gibt mir Flugwolke, 5K. Ach, der Kleine ist Iduk? Raul, wusste ich nicht. Ihr habt sie gesehen, ne? Und das war auf PvP, geht die Schadenswerte, also. Das war kein Kill Trading. Das war kein Kill Trading. Kill Trading wäre es gewesen. Ähm, hätten wir gegenseitig, ne? Aber das gerade war einfach nur, er war so nett zu warten, bis wir die Quest fertig haben. Er hätte uns auch zwischendurch killen können, ne? Also, stört mich nur. Soll er ruhig den Kill kriegen. Ist es eh lang, was du brauchst? Taube drin, ne? Was? Taube? Taube, 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 T CC, CC. Ist im vier. Eventuell ist er unten, eventuell ist er oben, ich weiß es nicht. Ich geh mal nach unten. Bei mir ist er oben. Ja, dann hol du ihn mal runter. Okay, jetzt will er hier hin. Pristas. Gib uns mal Carve Suite. Steffi, Carve Suite. Ach. Carve Suite? Carve Suite. Das violette Ding. Ja, entschuldigung. Genau, perfekt. Okay, ist tot. Meine Fresse. Weil dieser rot. Oh, geil. Geil. Oh, das ist so geil. Bei dir kann ich direkt irgendwie aufstehen und ich muss keine Heilskills. Und das ist toll. Nehmen wir mal freundlich aus, weil ich bin komplett branded. Ja, das weiß ich, ja. Ich muss den Mob. Ich hab das, wer. Ihr habt doch noch Soul-Signals. Geht doch mal weg, Junge. Natürlich gehe ich hier lieber mit meinem Kanto rein. Von meinem Kanto und ich tun's schöner. Ich hab gewählt, Huna. Oh nein, 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 Huna. Irgendwie überlebt es, bleibt irgendwie oben stehen. Bitte. Er ist resettet. Ja, er ist resettet. Er ist resettet. Bist du tot, was ist das für... Ja, das mein ich, ja. Wir kriegen den halt einfach nicht tot nach. Der ist heute einfach ne Bitch, sagen wir so. Ich mag den Bus eh nicht mit meinem Klir. Ich resiste halt jeden Scheiß auf diesen blöden Heal-Princess. Ich brauch für den Emma-Gear. Auf Hell-Prinzess? Ja! Ich brauch für den Emma-Gear, das kann auch wohl nicht ernsthaft dein Ernst sein. Scheiß-Gear-Pf. Ja, spring ruhig vor mir rum, du. Das ist voll gemein. Alter, ist das krass. Geh, geh zum Gear. Alter! Wähle noch eins, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, wenn ihr wollt, können wir wieder... Ist er nicht tot? Na gleich. Nein. Ja. Wunder ist ja oben noch... Also, ist ja noch... Okay, ist halt echt nicht durch. Okay. So gut, dass Gear ist. Und hier... Der Nachfolge-Schar hier hat Gear... Ja, der ist... Ich resiste. Na? Das heißt, der hat Ulti... Das neue Ulti auf... Ja. Wahrscheinlich Emris gesoccelt. Vielleicht hat er Details offen, dass ich mal gucken kann. Na, Emris nicht unbedingt, aber die geben allgemein richtig viel Emris. Ganz viel Glück könnten wir haben. Ja, Details sind offen, okay. Praktisch, dass er mich grad nicht angreift. Wir können ja mal gucken. Der hat halt das komplett auf Emris gesoccelt. Das ist krank. Junge, was hast du für ein Tier? Wirkt euch das mal? Na, ich weiß. Der hat jedes Teil auf Emris gesoccelt und alles auf Emris gewürfelt. Den triffst du nicht. Alles gut. Alles gut fürs Rücken. Das ist unglaublich. Emris Klerika ist best. Erstmal hinlaufen. Hinter uns, Taube! Taube, Taube, Taube. Wieso gehen alle voll auf Rose ab? Ich glaube, die schauen deinen Stream. Leute, mal ganz ehrlich, hört auf zu Stream snipen. Painter? Asser auch noch dabei? Pia ist noch rausgegangen. Eventuell geht ihr auf den Asser, wenn er näher ran bleibt. Geht auf den Asser. Ach, scheiß Ausweichen. Ja. Also irgendjemand von dem... Das ist ungewöhnlich, dass die sofort auf mich abgehen. Außer ich bin zu weit von der Gruppe weg. Das kann auch sein. Nee, du bist der Kantor. Ja. Heal und SM ist immer first, ne? Weil eigentlich dürfen ja viel Wahlen reingehen. Naja, man weiß, wenn man zuschaut, dass du hier die Person mit dem wenigsten Gier bist. Aber trotzdem sind deine Mantren ETC unangenehm. Zücken, da sind Tauben drin. Und Asmus. Zerk, 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 zerk. Neben uns sind drei Tauben, vier Tauben. Da ist wieder der Painter und der Jäger mit dabei. Achtung, jemand auf mir. Was ist zum Hinkar? Da. Harte. Scheiße. Bin tot. Nein, noch nicht, bist du nicht. Ich bin in vier. Ah, die sind aber auch in vier. Scheiße, der SM ist nicht in vier. Ich bin seit 10 Prozent gewesen. So, der SM ist erstmal weg. Painter, 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 Painter. Ja, ja. Okay. Der SM hatte halt, äh, könnte das Leidensdruck, deswegen wollte ich ihn schnell killen. Kann mich einer retten? Ich kann dich irgendwie nicht retten. Ja, ich komme. Jetzt. Von der anderen Perspektive aus warst du zu weit weg. Oh Gott. Leute, Chloe putzt sich wieder intim. Noch nicht, aber gleich wird sie das Bein hochheben und dann, ihr wisst dann, was dann abgeht.